Wer den Cloud-Dienst Microsoft Teams nutzen möchte oder muss, der möchte vielleicht auch andere Anwendungen daran anbinden, zum Beispiel um sich über Ereignisse benachrichtigen zu lassen. Wie das funktioniert, das erfährst du in diesem Video. Damit wir per Kommandozeile oder Skript Nachrichten in einen Kanal von Teams Teams, also ein Team in Microsoft Teams, senden können, müssen wir erst einen sogenannten Connector anlegen. Ich habe mir hier dafür mal so ein Demo Teams Team gemacht, da gehe ich jetzt auf den Kanal, hier allgemein, den möchte ich jetzt mit Nachrichten bespielen, gehe hier auf die drei Punkte, weitere Optionen und ganz unten auf Connectors. Dort sucht ihr jetzt nach Incoming Webhook und drückt auf Hinzufügen. Jetzt wird das hier geöffnet, dann nochmal auf Hinzufügen und jetzt ist diese Anwendung, diese Erweiterung aktiv. Um den Zugangsschlüssel zu erhalten, mit dem ihr nachher Nachrichten schicken könnt, müssen wir das nochmal wiederholen, also wieder auf die Punkte, Connectors und jetzt seht ihr hier der Incoming Webhook, der ist jetzt nicht mehr bei Alle, sondern der ist hier für dieses Teams Team, also die Instanz hier eingerichtet und da kann man jetzt auf Konfigurieren klicken. Der Name hier oben ist sozusagen das Konto, das im Kanal angezeigt wird als Absender der Nachrichten, nennen wir es jetzt mal YouTube Demo und man könnte auch noch ein Bild hochladen, um das kennlicher zu machen, lassen wir jetzt mal weg und drücken unten auf Erstellen. Nach einiger Wartezeit bekommen wir dann unten gleich eine URL, die wir hier verwenden können, um Nachrichten zu senden, die sollte man nicht publizieren, ich werde hier jetzt mal testweise meine kopieren und nehmen und damit euch jetzt gleich zeigen, wie man Nachrichten senden kann. Um Nachrichten in diesen Teams Kanal mit dem Bot zu schicken, müssen wir einfach bloß HTTP Anfragen senden, ich nutze hier Curl, gibt es auf jedem Linux System, teilweise auch auf Windows glaube ich mittlerweile, da sagen wir einfach, wir schicken hier ein JSON hin mit HTTP Post und hier unser Textattribut, das ist die Chat-Nachricht, die ihr in den Kanal senden soll. Bei dem Beispiel hier habe ich jetzt noch diese Demo, diesen Platzhalter für diese Demo-URL, das löschen wir und fügen jetzt das ein, was ich mir hier eben kopiert habe beim Erstellen von diesem Connector und kann das Ganze jetzt einmal speichern, macht die Datei noch ausführbar, ich habe sie jetzt mal das Skript ms-teams-send genannt und wenn wir das jetzt mal aufrufen, dann schickt er eine Nachricht, eins heißt es hat geklappt, gucken wir mal hier zurück, hier sind wir jetzt fertig und hier kam eine Nachricht an, 1532, hi von Raspberry Pi 5 mit Curl und das ist hier der Bot, den wir erstellt haben. Da das Ganze ein HTTP-Aufruf ist, können wir das in nahezu jeder Sprache machen, hier zum Beispiel als Python-Skript habe ich das Ganze mal eingebaut, der sendet hier eine Test-Nachricht von Python mit dem Zeitstempel, Führen wir das Ganze mal aus, dauert einen kleinen Moment, wir bekommen hier wieder eins zurück, das heißt es hat erfolgreich geklappt und im Chat ist jetzt auf einmal eine neue Nachricht, hier mit dieser Python-Demo-Nachricht und dem Zeitstempel. Kann ganz praktisch sein, bedenkt aber, dass ihr hier öffentliche Drittanbieter-Cloud-Dienste nutzt, in diesem Falle von Microsoft. Gerade die sind schon oft mit harnesträubenden Sicherheitslücken aufgefallen, ich würde mir also gut überlegen, ob ich da sensible Daten nutze oder hier die sensiblen Daten übertrage über solche Systeme. Schreibt wie immer gerne eure Meinung auf ULabs.de oder in die Kommentare, ich wünsche euch viel erfolgbaren Projekten, tschüss, bis zum nächsten Mal.